Stellt euch vor, ihr habt eine Affäre, übernachtet mit der in einem Hotel und dann das, die gesamten Hotel-Übernachtungsdaten frei im Internet. Unvorstellbar? Nö, jedenfalls nicht dann, wenn ihr bei Motel One eingecheckt habt, denn Hacker haben über 6 Terabyte an Übernachtungsdaten anzapfen können. Und ich zeige euch, wie ihr rausbekommt, ob auch ihr betroffen seid. Wir haben nämlich ein Formular erstellt, was ihr komplett kostenlos nutzen könnt. Und ich sage euch, was zur Rechtslage, wenn jetzt wirklich eure Übernachtungsdaten im Internet zu finden sind. Und ich zeige euch, was noch so alles abhandengekommen ist bei dem Hackerangriff auf Motel One. Hallo, ich bin Christian Sommecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr mehr wissen wollt zu dem großen Hacking-Angriff auf die Hotelkette Motel One. Denn der hat es wirklich in sich. Wir haben ja hier immer wieder über Datenlecks gesprochen. Sei es das dieser Datenleck oder das Facebook-Datenleck. Aber das Motel One Datenleck ist schon eine richtig fette Nummer. Was ist passiert? Sechs Terabyte Daten von Millionen Menschen, die die Hotelkette seit 2016 beherbergt hat, sind im Internet frei verfügbar. Wir haben uns auch mal auf die Suche gemacht und haben relativ zügig das Datenleck gefunden. Das war also kein Problem. Hier findet man zum Beispiel so eine Bestätigung für eine Kostenübernahme. Ich habe jetzt alles mal geschwärzt. Da findet man verschiedenste Informationen über den Gast, wann der da übernachtet hat, was die Kosten der Übernachtung waren, Tag der Anreise, Tag der Abreise, mit wie vielen Personen der auf dem Zimmer war. Und hier sogar Eurocard, Mastercard-Daten. Also insofern recht sensible Daten, die da abhandengekommen sind, der Hotelkette und hier vom 14. Juni 2023 sogar recht aktuell. Und das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Denn insgesamt geht es um 25 Millionen Dateien aus vielen Ländern. Denn Motel One betreibt 90 Hotels in 13 Ländern in Europa und in den USA. Die Daten, die enthalten nach Medienberichten nahezu vollständige Übernachtungslisten aus den vergangenen Jahren seit 2016. Das ist natürlich echt ein heftiger Datensatz. Also die Namen der Gäste, das Datum des Check-ins, die Zimmernummern. Und der Hintergrund dieser Datensätze ist, dass es offenbar noch eine Kopie, eine sogenannte Notfallliste aus dem eigentlichen Check-in-System gab, falls mal es zum Systemausfall kam. Die Idee war ja grundsätzlich clever. Die Hotels haben gesagt, naja, solltet ihr mal alles abstürzen, brauchen wir noch irgendwo Listen. Und diese Listen sind offenbar etwas ungesicherter gespeichert worden als das Hauptsystem von Motel One. Und die meisten Daten, die gehen bis ins Jahr 2021 zurück, aber teilweise sind die sogar noch aktueller, selbst noch aus diesem Jahr. Auf den geleakten Datensätzen sieht man private Rechnungsadressen, Geburtsdaten von Kunden und interne Geschäftszahlen und einige Händelnummern von Mitarbeitenden. Auch der Familienstand und die Info, welche Gäste da gemeinsam im Zimmer übernachtet haben, kann man da in den geleakten Informationen sehen. Also recht pikant, muss ich sagen, was da zu finden ist. Apropos pikant, checkt übrigens mal unten die Caption aus. Pikant ist auch, dass die Schufa Daten verarbeitet hat von all den Handy-Anbietern in Deutschland, ohne dass ihr das Einverständnis gegeben habt. Das heißt, wenn ihr ein Handy habt und die meisten von euch haben bestimmt ein Handy, sind da Daten in die Schufa geflossen. Da versuchen wir 5.000 Euro für euch geltend zu machen. Naja, am 30. September hat Motel One dann reagiert auf das Datenleck, hat auf der Plattform X Folgendes bekannt gegeben. Motel One ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. Adressdaten von Kunden wurden abgegriffen, darunter 150 Kreditkartendaten. Die Betroffenen wurden informiert. Der Geschäftsbetrieb war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. IT-Sicherheit und Ermittlungen und Datenschutzbehörden sind involviert. Puh, ein Glück. Der Geschäftsbetrieb war nicht gefährdet. Die Betroffenen wurden informiert. Da möchte ich mal meinen, dass nicht alle Betroffenen informiert worden sind. Denn ich war ziemlich sicher auch mal jemand derjenigen, die bei Motel One eine Übernachtung gebucht haben. Und ich habe bislang noch keine Post von denen bekommen. Also vielleicht kommt da noch was. Ich bin aber jetzt erstmal sozusagen ins Voraus gegangen und habe ein Schreiben erstellt, mit dem man selber nachfragen kann. Hey, wie sieht es denn aus mit meinen Daten? Und das ist komplett kostenlos. Ihr könnt auch über die Caption euch das Schreiben, das ist ein individualisiertes Schreiben, euch erstellen. Das heißt, ihr geht hier rein, gebt kurz eure E-Mail-Adresse ein und dann mailen wir euch das Schreiben zu. Hier nochmal ein paar Informationen zu diesem Auskunftsschreiben. Ist auch nicht nur für Rechtsschutzversicherte, wie jetzt vielleicht der eine oder andere sich denken mag, sondern für jedermann. Und wer da zustimmt, kriegt auch noch unseren WBS Newsletter. Könnt ihr natürlich immer abbestellen, aber wöchentlich hält er euch auf dem Laufenden. Denn, naja, dass jeder jetzt so einfach informiert worden ist, konnte ich jedenfalls an dieser Stelle nicht feststellen. Fakt ist aber, dass Motel One zu dem Zeitpunkt, als sie hier auf X das bekannt gegeben haben, bereits seit drei Wochen wusste, jedenfalls nach Informationen der Süddeutschen Zeitung, dass sie Opfer eines Hackerangriffs geworden sind. Und die Hacker, die ließen auch nicht lange auf sich warten, die haben hier gesagt, dass Alf V, Ransom Group, ein Motel One, auf ihre Opferliste gepackt haben. Sie sagen also knapp 25 Millionen Datensätze, 6 Terabyte an Daten, vor allen Dingen Booking, Details, Customer Credit Cards und, und, und haben die hier bekannt gegeben. Und, ja, die Hacking Group ist in der Vergangenheit schon mal dadurch aufgefallen, dass sie die US-Hotel- und Casino-Kette MGM ins Visier genommen hat. Oder sie hat mit der Erpressungssoftware Black Cat auch schon mal weitere Angriffe durchgeführt auf Health Networks. Die haben im Darknet Körperaufnahmen von Brustkrebspatientinnen veröffentlicht. Also jetzt nicht so die netteste Sorte an Hackern, denen Motel One hier zum Opfer gefallen ist. Was das für Zugangsdaten waren, das hat die Hacking-Gruppe auch aufgezeigt. Also hier sieht man sozusagen ganze Kundenlisten, man sieht Buchungsbestätigungen und, und, und. Und tatsächlich muss man nicht lange suchen, bis man das im Internet findet. Ich habe euch gerade gezeigt, dass wir da auch rucki-zucki schon die Datensätze gefunden haben. Aber wir haben die noch nicht ausgewertet, deswegen müsst ihr jetzt selber nachfragen bei Motel One, ob ihr betroffen seid. Dafür hätte jetzt Motel One einen Monat Zeit, um euch hier die Info zu geben. Geht also ganz, ganz schnell. Wir schicken euch dann das entsprechende Formular zu, was ihr nur ausfüllen und an Motel One schicken müsstet. Ja, der Angriff, der soll wahrscheinlich dazu geführt haben, um Geld zu erpressen. Das Ganze war ein Angriff mit sogenannter Ransomware, also Schadsoftware. Und da ist es normalerweise so, dass man von eigenen Geräten ausgesperrt wird, dann wird Lösegeld erpresst. Aber hier haben es die Hacker ja nicht geschafft, die gesamte Kette auszusperren. Aber immerhin sind sie an die Daten gekommen, riesigste Datenmengen. Und nachdem nicht darauf reagiert worden ist, auf die Lösegeldforderungen, sind offenbar die Datensätze veröffentlicht worden. In meinen Augen eine absolute Katastrophe für die Hotelkette. Und naja, wer ein bisschen Computerkenntnis hat, der findet eben die Daten relativ schnell im Dark Web. Und man muss sich da ein bisschen reinfrickeln, aber hier auch einfach diese Kostenübernahme, wie vom Motel One Ulm zeigt schon, was da alles so abgespeichert worden ist. Und Motel One selbst beschreibt auf deren Seite auch, was passiert ist. Da sagen die, wir sind Ziel eines Hackerangriffs geworden. Sie drangen unbekannte Täter in die internen Systeme des Hotelbetreibers ein und versuchten vermutlich eine Ransomware-Attacke durchzuführen. Dank umfangreicher Maßnahmen konnten die Auswirkungen gering gehalten werden. Also das ist natürlich eine hohe Auswirkung, gering gehalten. Ich habe die Daten gesehen, das ist nicht gering. Der Geschäftsbetrieb war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Die schnellen Sofortmaßnahmen umfassen Beauftragung des IT-Sicherheitsunternehmens. Und es wurden Adressdaten von Kunden abgegriffen, darunter 150 Kreditkartendaten. Aber es waren viel, viel mehr Kunden. Und die betroffenen Halter wurden persönlich informiert. Ah, jetzt sieht es sich schon anders. Hier sagt man, man hat nur die Halter der Karten informiert. Die Kunden nicht. Das hätte aber sein müssen, in meinen Augen. Denn hier geht es um sehr sensible Daten. Wann habe ich wo übernachtet, mit wem. Da hätte man tatsächlich Tausende, wenn nicht sogar Millionen Kunden, ich weiß nicht genau, wie viele da betroffen sind, informieren müssen. Und das ist in meinen Augen schon ein Datenschutzverstoß von Motel One. Muss man natürlich genau sehen. Das wird jetzt auch in der nächsten Zeit dann entsprechend aufbereitet werden. Für Motel One wäre es ein riesiger Shitstorm, wenn sie das entsprechend an die Kunden geschickt hätten. Das ist die schwierige Abwägungsfrage. Hält man sich so hundertprozentig ans Datenschutz recht oder lässt man das Ganze so ein bisschen in so einer wagen Pressemitteilung verschwinden? Aber ihr könnt ja mal nachfragen. Ich habe euch gesagt, wie ihr, wenn ihr Motel One Kunden wart, mal fragen könnt, was die für Daten gespeichert haben und vor allen Dingen, welche Informationen da übernommen worden sind von den Hackern. Bei der Ulmer-Filiale von Motel One sollen auch die erwähnten Kreditkarteninformationen aus den Kostenübernahmevereinbarungen abhandengekommen sein. Und es könnte sein, dass da ein Rechner tatsächlich kompromittiert worden ist in diesem Ulmer Motel One. Ich stelle sich natürlich die Frage, sind die Daten korrekt aufbewahrt worden? Die Tatsache, dass so viele Daten abgegriffen werden konnten und die unverschlüsselter Lagen zeigt, dass höchstwahrscheinlich keine brauchbare Verschlüsselung verwendet worden ist. Auch das müssen jetzt die Ermittlungen der Aufsichtsbehörden ergeben. Und wenn die Sicherheitsstandards hier nicht eingehalten worden sind, wozu führt das? Ihr wisst es aus den Facebook-Daten-Lag-Verfahren. Ihr habt einen Schadenersatzanspruch auch hier für Motel One. Dafür ist es noch ein bisschen zu früh, das zu sagen, ob das wirklich passiert ist. Ihr müsst jetzt erst einmal checken, ob ihr betroffen seid. Da dient unser Schreiben. Und wenn das sich herausstellt, dass hier wirklich ein Fehler passiert ist, dann muss man sicherlich sagen, müsste Motel One euch einen Schadenersatz zahlen. Der wird wie bei Facebook etwa zwischen 500 und 1.000 Euro liegen. Ein Fehler könnte auch daran gelegen haben, dass Motel One erst so spät überhaupt darüber aufgeklärt hat. Nach Informationen der Süddeutschen waren es ja drei Wochen, bis hier überhaupt irgendwas passiert ist. Das halte ich für deutlich. Zu lange hätte man schneller reagieren müssen. Das also nur als kurze Info- und Service-Stückchen von uns. Wer mal so einen Auskunftsanspruch selber durchsetzen will, der kann das hier mit unserem Do-It-Yourself-Formular tun. Einfach von uns zuschicken lassen, E-Mail das eintragen und dann geben wir euch entsprechend das Formular. Wir sind gespannt, wie der ganze Fall weitergeht. Abonniert gerne diesen Kanal, dann werden wir euch up to date halten. Ich danke an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis dahin.